Don't know Manningen, ja ich glaube auch, dass wir nachher mal fahren, es ist einfach viel lustiger. Manning, Günter, Frank, ich spoiler eigentlich schon viel zu viel. So, Denn, De, 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 ums. So. Nenn eine Straße doch Marcel Davies. Aber irgendwie... Ja, hier, warte. Äh, Marcel. Ist das nicht? Das A hat doch so ein Davies. So ist das doch, ne? So. Wo kriege ich Manning her? Erster Morgen verfügbar. Kannst du mal deine City von oben zeigen? Gerne. So sieht sie momentan aus. Oh. Und hier ist gerade Höllengebiet. Alter, was ist denn da los? Ist jetzt eher uncool. Okay. Was machen die da gerade? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hat der da gerade gewendet, um jetzt hier links abzuer... Okay, hier ist links ab, weil ich den aber nicht blockiert. Dann ist es mir egal. Dann ist es egal. Hm. Irgendwie alles sehr unoptimiert hier. Ich glaube, wir sollten hier ein zweites Autobahnkreuz hinzufügen. So. Kannst du dich noch an die erste Folge auf sie erinnern? Ja, leider. Äh. Und wie geht es? Jod. Wie machen wir das denn? Warum ist das hier immer noch kaputt? Ha. Ha. Schweiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Vor allem, weil wir hier zwei von denen haben. Egal, welche von den beiden ich anschließe, es wird voll sein. Die hier könnte ein bisschen was... Guck mal. Das hier... Hier wollen momentan alle runter. Wo wollt ihr denn alle hin? Mehr in das Gebiet? Okay. Okay. In das gesamte Gebiet. Gut. Das heißt, wir brauchen die zweite Auffahrt hier mittig. Eigentlich... Scheiße. Okay. Ähm. Kannst du eigentlich auf YouTube auch Werbung schalten? Äh. Meinst du das hier? Wieder an die Anzeige wiedergeben. So. bewegen, nachdem sie gesetzt wurden. Und das ist halt der Witz da dran. So, jetzt machen wir den ganzen Ranz hier erstmal weg. So. Weg damit. Ich glaube, wir schließen erstmal da an. Jetzt müssen wir erstmal was Vernünftiges finden, was nicht direkt voll ist. Puh, zu groß. Zu groß. Viel zu groß. Auch viel zu groß. Nee. Nee. Mach schon. Nee. Die sind immer noch cool, aber nee. Die sind auch cool, aber nee. Hm. Viel zu groß. Nee. Damit würde ich alle durch einen Kreisverkehr zwingen. Das macht keinen Sinn. Das ist viel zu groß. Alter. Ah, die ist von mir. Das sind meine Versionen. Diese Zwischenspeicher. Das ist hässlich. Nee. 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 Äh, nein. Nö. Nee. Ja, perfekt. So. Mittig. Oh, cool. Das ist ein ganz kleiner. Das hier wäre natürlich schon... Das Schöne an denen ist, die sind so super klein. Ah. Aber das ist ein logistisches Nightmare. Nightmare. Ähm. Chaos. So. Gratamikalische Sitzung. Genau. Ja, genau, Felix. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Äh, was ist das denn? Oh. Linksverkehr gemacht. Ganz eindeutig für den Linksverkehr gemacht. Sieht man daran, dass das hier in die falsche Richtung reingeht. Das wäre viel zu langsam mit Abbiegen hier. Das kannst du vergessen. Ich muss mal gerade... Äh... Ich bin gemein zu läuten. zu ganz gewissen Leuten. Äh, okay. Gut. Ach so, das ist auch cool. Das hier ist halt... Das ist eine Autobahn mit einer Schiene direkt dazwischen. Wie hast du das mit dem Schraubenzieher über den Namen gemacht? Dachte ich es mir doch. Ähm. So. Felix, du siehst ein bisschen müde aus. Ich bin müde. So. Äh, gut. Kreisverkehr, Autofahrt, Monorail, roundabout. Was haben wir denn hier? Äh. Wann kommt um sie? Später. Wie lange sind wir denn schon dran? Gerade mal 39 Minuten. Bleibt doch mal ruhig. Ganz ruhig. Das ist auch so eine. Nee, das ist scheiße. Rechts müssen alle weg. Von da kommen alle. Wir machen ein Experiment. Es könnte sein, dass das funktioniert. Es könnte sein. Ich muss aber was ausprobieren dafür. Wir müssen die jetzt auf jeden Fall was nach hier unten schieben. Oh Gott, das sind nur zweier. Kriege ich die geupdated? Oh Gott, das wird jetzt eine Fummelei. Das wird jetzt, obwohl, nee, es lässt sich einfach upgraden. Das ist gut. So. Ne? Dann. Hier unten die noch upgraden. Und, ah, okay. Es ist eine große. Ähm. Bau doch irgendeins. Nee, so einfach ist es leider, wirklich nicht in dem Spiel. In dem Spiel muss man verdammt aufpassen, was man tut. Ähm. Weil wenn man es falsch macht, dann war es das mit Logistik, äh, mit im Verkehr vorwärtskommen. Das kann in diesem Spiel sehr, sehr schwer gehen. Was ich, schnell gehen. Was ich hier mache, ist eigentlich schon Selbstmord. So. Äh, nee. Den großen bitte. Ach, Quatsch. Was mache ich denn? So. Wir können doch den Automatikmodus nehmen für die Beziehung der Straßen. Das ist deutlich einfacher, wenn man dann nicht rechnen muss. So, jetzt sind erstmal alle Autos und wird erstmal neu sortiert und alle biegen irgendwo hinab und dann geht's wieder. So, der Witz soll nämlich jetzt sein, wenn wir das jetzt mal folgendermaßen aufdrosseln. Ihr fahrt nach hier. Alles, was von hier kommt, muss entweder nach da oder auf die beiden Spuren, weil diese Spur hier bleibt leer, damit ihr hier halt eben alle abbiegen könnt. So. Ihr biegt hier nach hier ab. Hier ab! So. Hier gibt's kein Dingens, sondern hier gibt es eigentlich nur eine Spur. Hier soll es eigentlich nur eine Spur geben. Warte mal. Jetzt zieht bitte alle auf eine Spur, mit der ihr hier drüber fahren könnt. Damit sperre ich die anderen Spuren. Äh, keine Autos, keine Busse, obwohl die Busse können da fahren, das ist mir auch noch egal. Keine LKWs außer Notfallfahrzeuge. Ähm, dadurch, naja, können die hier nur so. Das heißt, hier überkreuzt sich ja nichts, das heißt, hier kann ich auf jeden Fall die Ampel wegnehmen und hier hinten muss eine hin. So soll das System funktionieren. Keine Ahnung, ob das was wird. So. Später will ich mal sehen, wie du Punkt, 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 Punkt. So. Ich mache eine Ausbildung als adressiver Pendler. Lese ich gerade in einem anderen Chat, was mir gerade erst wieder auffällt. Ah, was ist das jetzt hier? Frechheit. So, dann upgraden wir das mal gerade auf Autobahnen. Dann geht es auch ein bisschen schneller vorwärts. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Hat es jetzt hier, nein, es hat nicht alles zerstört. Zum Glück. zum Glück. So. Ihr dürft, ach Quatsch, ihr sollt bitte so abbiegen. Fähig, wie du sein wie du. Hä? Ich will später mal sein wie du. Achso. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die empfehlen kann. So. Weiß ich noch nicht. Gut. Das heißt, jetzt müsste hier auf jeden Fall etwas verkehrt drüber geplant werden. Hoffentlich. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. 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 Da, 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 da. Jetzt muss ich hier mal gerade noch mal in den Pause-Moden. Ups. Ah, ich hatte einen falschen Knopf gekommen. Nee, speichern will ich auch nicht. So. Das, was bei mir gerade als live verkauft wird, ist niemals live. Niemals! Hildegahn! So. Jetzt. Okay. Ich kann mich ja auch mal richtig hinsetzen. ne? Äh. So. Sehr gut. Jetzt sitze ich auch mal vernünftig. Wie sieht das jetzt hier aus? Also bis jetzt läuft es ja. Wie viel hat das Spiel gekostet? Ich glaube, das kostet momentan 23 Euro oder sowas. Warte mal. Äh, Workshop. Shop. Ich wette, dass es bei Gamesplanet deutlich günstiger gibt. 27,99. Äh. Da, da, da. City Skylands 22,99 bei Gamesplanet. Der Link ist in der Beschreibung unter den Videos, äh, wo City Skylands drin ist. Äh, das ist, das ist der Trick dahinter. Bitte darüber gehen. Dann bekomme ich nämlich so einen ganz kleinen Rückanteil von eurem Geld, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Äh, einfach mal über Gamesplanet bestellen. Gamesplanet. So. Äh, Produktplatzierung. Schnauze. Okay. Bis jetzt scheint das ja ganz gut zu laufen. Vielleicht entlastet es ja Tatsache hier hinten das Gebiet. Weil das, was hier passiert, ist einfach nur grausam. Grausam. So. So. Und jeder Idiot. Sehr, sehr schön. Scheiße. Alter, was ist das hier auch für ein eins, zwei, drei, vier Etagen hatte ich. Alter. Das habe ich mir hier zusammengebaut. Naja. Das funktioniert, ne? So gerade. Ich glaube, wir können hier mal ein Straßen-Upgrade durchführen. Pfingsten im Gewerbeparkwest. Ach, ich habe das immer noch nicht an Kevin gesendet. Das muss ich irgendwann mal machen. So. Auf der einen Seite drei, auf der anderen zwei nur. Das wäre super. Dann bekommt nämlich jetzt jeder endlich mal hier seine eigene Spur. Und es müsste dann richtig anfangen zu laufen. Richtig wie beim Pinkeln. Richtig durchlaufen. Äh. So, und wer hier woanders hin will, muss hier Seiten wechseln. Er hat halt Pech gehabt. Oder wir machen es noch ein bisschen anders. Da ja hier immer so wenig, von hier so wenig Verkehr immer ist, machen wir hier das in zwei Sprüche durchziehen können. Okay. Kann man bei Game of Blended auch mit. Keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. Äh. So, Problem ist, die hier wollen also nach da. Was in diesem Fall ziemlich beschissen ist. Können wir nicht bitte irgendwie außen rum fahren? Ich glaube, ich mache hier die Durchfahrt zu. Warte mal. Äh. Die Spawn ausschalten. Da. So, hier dürfen keine Autos mehr durchfahren. Doch, LKW müssen ja durchfahren. Aber Autos sind jetzt hier verboten. Auf dieser Strecke. So, was ist derzeit deine Lieblingsmusik? Ich habe jetzt hier dieses, ach Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das ist jetzt schon so lange her, dass ich es gehört habe. Literally 20 Minutes. Nein, so lange ist wie ich ja schon. Warte mal. Äh. Ihr werdet es gleich wissen, wenn ich es kurz anspielen lasse. Ich hoffe, dass es hier nicht kaputt, dass man mir nicht... Ach ja, Gima. So. Warte mal, wo habe ich es denn hingespeichert? Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Das hier. Äh. Warte mal. Geh mal. So. Okay. Das... Ich weiß auch nicht, warum. Das gefällt mir momentan super gut. Ähm. So. Er meint PaySafeCard. Nein, da kann man leider nicht mit PaySafeCard bezahlen. Die benutzen nur seriöse Bezahlmittel. Din, 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 din. Die Idee ist gar nicht blöd. Okay, Google. Erinnere mich, eine Audio-Datei an Kevin zu senden. Wann möchtest du erinnert werden? Hahaha. Du hast versagt mit deinem Kommentar. So. Turn it up. Genau. Turn it up. So. Welche Mods und DLCs hast du installiert? DLCs, alle wichtigen, äh, Mods. 160 sind es mittlerweile, glaube ich. Der Fahrzeug-Editor heißt, glaube ich, einfach hier, steht doch drüber, Advanced Vehicle Options. So. Felix muss seinen Twitter-Link noch ändern. Hust, hust, hust. Warte mal, ist der immer noch falsch? Ich habe den auch überall geändert. Ich wollte den überall ändern. Stimmt. Slash F ist Felix spielt, müsste es sein. So. Okay. Okay. Okay, Google. Ich erinnere mich, eine Audio-Datei an Kevin zu senden, morgen um 18 Uhr. 15 Uhr. Ist egal. In Ordnung. Reichtest du sie speichern? So. Mann, wegen dem Kommentar mit, okay, Google, ist bei mir der Google-Assistent gestartet worden. Schön. Äh, so. Wie bitte? Nö. Willst du diese Erinnerung speichern? Ich folge nur den Anweisungen, die mir im Chat gegeben werden. So. Ich habe dich immer noch nicht verstanden. Du kannst speichern oder abbrechen, sagen. Kannst du mal Regen anmachen, das geht von ganz alleine. Da ich die Angaben nicht verstanden habe, tippe bitte auf eine der Optionen auf dem Display. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Okay, Google. Suche Felix spielt auf YouTube. Okay. Okay, Google. Okay, Google. Suche Felix spielt auf YouTube. Funktioniert so halb. Äh, okay. Äh, jetzt mache ich das aber wirklich. Äh, okay, Google. Okay, Google. Erinnere ich? Bäh. 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 Bäh.